Die islamische Finanzwelt ist anders, die haben keine Spekulation. Ich glaube wirklich, dass die Prinzipien des islamischen Bankwesens bald auch bei uns übernommen werden. Das bedeutet, dass wir gerade auf der Suche nach einer neuen Form des Kapitalismus sind. Die Scharia ist im Vatikan angekommen. Unglaublich. Banker sollen sich künftig an islamische Gesetze halten. Das fordert der Osservatore Romano, das Sprachrohr des Papstes. Der Artikel von Wirtschaftsexpertin Loretta Napoleoni hat einen Skandal ausgelöst. Islam-Propaganda, so der Vorwurf. Wir sind hier in der High Street in London vor einer jener Banken, Halifax heißt sie, die bis zum Hals in dieser Finanzkrise stecken. Das wäre alles nicht passiert, wenn die Banker sich an ein paar ethische Prinzipien gehalten und ihre Finanzgeschäfte nach den Regeln der Scharia betrieben hätten. Loretta Napoleoni vergleicht das Westliche mit dem muslimischen Finanzsystem und konstatiert, bei letzterem halten sich die Verluste in Grenzen. Die Scharia verbietet, Geld gegen Zinsen zu verleihen, sich an konventionellen Banken und Versicherungen zu beteiligen. Nur direkte Investments sind erlaubt. Viele risikoreiche Geschäfte ausgeschlossen. Wir haben dort immer zwei Menschen, zwei Parteien, die eine Partnerschaft eingehen und beide zu gleichen Teilen das Risiko dieser Partnerschaft tragen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in der westlichen Finanzwelt kennen. Bei uns ist das Risiko zu einer Art Anlage geworden, die man handelt, deren Wert steigt oder fällt. Und deshalb sind wir genau da, wo wir jetzt sind. In Europa ist London das islamische Finanzzentrum. Hier sitzt eine Reihe islam-konformer Banken. Sie dürfen nicht spekulieren, nicht in Alkoholherstellung, Pornografie und Waffen investieren. Statt Krediten soll es Joint Ventures und direkten Handel geben. Ein Bankensektor, der allein im letzten Jahr um 20 Prozent gewachsen ist. Das European Financial House aus Katar gehört mit dazu. Und hat nicht nur muslimische Manager. Ausbeutung jeder Art, maßlose Risiken und Geld bloß aus Geld machen. All diese Punkte sind im Islam streng verboten. Simon Pauli glaubt nicht an Allah, aber an die Scharia-Wirtschaft. Beim Hauskauf gibt es keinen Kredit. Stattdessen kauft die Bank das Haus, bietet es dem Kunden dann zum Mietkauf an. So tragen beide das Risiko. Und die Bank verdient dennoch. Der Koran spricht eine sehr klare Sprache. Die gesamten Finanzgeschäfte müssen auf Kauf und Verkauf tatsächlicher Werte beruhen. Wenn sie zum Beispiel ein Haus haben und sie verkaufen ist, dann ist das völlig in Ordnung. Dann können sie Kauf und Verkauf finanzieren. Aber was sie nicht tun dürfen, ist jemandem Geld leihen und lediglich dafür, dass sie es ihm geliehen haben, dann eine Gebühr kassieren. Sie haben Unsummen verdient und die Welt an den Abgründen manövriert. Die New Yorker Investmentbanker. Die Spekulationsblase, die faulen Kredite hätten durchaus verhindert werden können, sagt Loretta Napolioni. Jedes Produkt islamischer Banken muss überprüft werden, von einer sogenannten Scharia-Kommission. Das sind natürlich Banker, aber vor allem auch Islam-Experten. Man kann also sagen, dass es hier so etwas wie eine ethische Kontrolle über das Produkt gibt. Natürlich gibt es auch Missbrauch. Jumayen Dar sitzt in verschiedenen Scharia-Kommissionen. Seine Firma B&B Islamic prüft die Islamverträglichkeit einzelner Geschäfte. Nicht einfach in einer globalisierten Finanzwelt. Auch die Deutsche Bank gehört zu seinen Kunden. Das Wichtigste, was aber kaum einer erwähnt, ist die ganz besondere Rolle der islamischen Finanzwelt. Sie kann die tiefe Kluft zwischen dem Islam und dem Westen überbrücken. Das ist vielleicht die beste Möglichkeit, die Moslems den Nicht-Moslems näher zu bringen. Eine kühne Idee. Auch der Islamwissenschaftler Rafik Abdullah meint, dass die Banker schaffen könnten, was Multikulti bisher nicht gelangt. Denn die Krise wird beide Kulturen zwangsläufig zusammenbringen. Selbst islamische Banken können in diesen Zeiten nicht ganz allein bestehen. Abdullah geht es um Prinzipien. Nicht um Religion. Das westliche Bankensystem, die Regierungen, müssen ja gar nicht das Rad neu erfinden. Es reicht schon, sich an das Rad zu erinnern, wenn man sich die islamische Finanzwelt anschaut. Denn auch die Christen haben einst den Zinswucher verboten. Vieles wird der Westen auch weiterhin nicht verstehen. Die Rolle von Frau und Mann zum Beispiel. Doch die wirtschaftlichen Grundsätze des Islam sind angekommen. Das zeigen allein die Auslagen der Buchläden in London. Wenn das islamische Finanzsystem uns helfen kann, wenn islamische Banken uns einen Hinweis darauf geben können, wie ein neues Wirtschaftssystem aussehen könnte, dann sollten wir das annehmen. Wovor sollten wir denn Angst haben? Aber das ist genau das Problem. Es ist zu viel Politik und Ideologie in der Finanzwelt und der Wirtschaft. Wenn sich die westliche Wirtschaft nicht bewegt, so fürchtet Loretta Napoleoni, werden schon bald China und die muslimischen Länder das Herz der Welt sein. Und der starre Kapitalismus todkrank am Tropf hängen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017